Digger, aber warum ist die scheiß Nate nicht von der Wand die Treppe runtergekriegt? Ah, die sticken manchmal. Keine Ahnung. Wenn du die sonst gegen irgendeine Wand wirfst, springen die einfach zehn... Zwei Tore! Drei Tore! Drei Tore! Bin Low! Er hat... Er hat vier Tore! What? Alles sind gefailt! Drei Tore! Nein! War es nur einer? Ja, es war nur einer. Boah! Einer Tore! Der hackt! Der hackt! Der hat Hacks an! Ja, sag ich doch! Ich bleibe auf ihn drauf! Scheiß Hacker! Piece of Shit! Ich bin tot! Okay! Safe Hacker! Ja, siehste, war klar! Ich wollte gerade sagen, du kannst mir viel erzählen, aber nicht den Typen! Ich war so drauf! Ich war so drauf! Du wärst permanent auf dem Kopf! Ja, 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 ja! Ja! Schau den Zomboi hinweg! Ich werde mal mein Essen wegstellen, oder? Da ist ein ganzes Mausbrot drauf! Sorry! Ich bin dead! Okay, hinter uns, hinter uns, hinter uns! Bär ist tot! Ja! Ähm! Ich seh' nicht! Ich glaub' aber scheun' den! Den auch! Ist von mir weggeleckt! Ist das rechts davon? Ja, ich seh' nicht mehr! Ich seh' nicht mehr! Jetzt wieder links zusammenlaufen rüber! Ja! Ab ihn! Ist unkann, ist unkann! Ist unkann! Ab ihn finisht! Schönes Ding! Sauber, Mann! Gehst du hin? Jo! Ja, ich hab' den dead davon! Ja, was? Wie schlägt denn das denn? Hey, what the fuck! Wie viel hält denn der aus, der Wichser? Das kannst du mir nicht erzählen! Ich hab' ihn nochmal gehittet! Äh, ey! Kannst du mir nicht erzählen! Natürlich! Jo, Leute! Dennis Henriesner! Is he here! Raus mit die Viecher! Raus mit die Viecher! Raus mit die Viecher! Raus mit die Viecher! Ich werd' dir in die Fresse pissen! Ich hab' hier ein Musikprogramm von Avicii bekommen und so! Das, was die nutzen! Und da hab' ich schon echt gute Vibes reingetan und so! Ohne Witz! Entschuldigung, haben die Kevap Kiki! Für Kevap Kiki! Miami Dennis! Oh Scheiß! Geht los! Ja! Ja! Ja!